Das ist clever, das ist sehr clever, Carina. Oh, mein Schatz, ich würde Sie so gerne umarmen, wirklich. Da bleibt nichts anderes. Hört Sie fest. Bitte. Dankeschön. Das darf man nicht zweimal sagen. Nein, dem nicht. Später. Nachher. Erstens möchte ich mich publik entschuldigen, falls ich Sie beleidigt habe. Das wollte ich nicht beim letzten Mal. Und ich wollte überhaupt keine Anspielung aufs Alter oder Krankheit oder was auch immer machen. Das war nicht meine Absicht. So, jetzt habe ich mir ein paar Worte aufgeschrieben, die nicht mit Alter und Krankheit zu tun haben. Das hört sich schon mal sehr gut an, ja. Also, ich meine, ganz Österreich hat mich gesteinigt. Ach, ich habe ehrlich? Okay. Möchte jemand anderer? Gut. Frisch, 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 enthusiastisch. Steigerungen sind möglich. Aber das ist ja eine Perspektive. Ich finde das nicht schlecht, Dirk. Oder man kann sich auf etwas freuen. Ich gebe weiter. Der Mann aus Deutschland hat gesagt, ich werde das nicht gewinnen, wenn ich mir einen Enttanzen, aber ich soll Freude daran haben. Ja, hat der Mann aus Deutschland gesagt, ja. Wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Der Mann aus Deutschland. Heißt Dirk. Ja. Dirk. Ja, also, eigentlich muss ich sagen, ist ja das, was man in der Tanzschule so lernt, was ich eben gesehen habe. Das ist so Bronze-Kurses, so Silberkurses, ne? Ja, ja. Du hast eigentlich nur jede vierte Sechzehnte getroffen. Also, so kann man auch Konditionen sparen. Das war dann am Schluss, hast du die Führung zu sehr übernommen, fand ich. Ja, aber ich fand das süß. Das wollen wir das nächste Mal alles ändern. Und der Mann aus Deutschland ist immer auf eurer Seite und auch, okay, alles klar. In diesem Sinne, Otto, Rosi, wir sagen danke.